Ja, dann wollen wir mal, ich gebe erstmal den Fisch in die Verkaufskiste hier, äh, den da. So, du bist missionsabhängig, das kann auch in die Verkaufskiste, das auch, das auch, ach, das packe ich jetzt auch mal mit dazu, ähm, davon haben wir so viel. Äh, ja, das bleibt, das, Mann, das bleibt, das auch, das auch, und, ja, die paar Blumen, die kriegst du noch, und Schokokeks, ja, da geh ich mal in den Ofen. Kekse. Ähm, warte mal, Schokokeks, da müssen wir auch das Rezept da haben, oder? Ja, ähm, ja. Alles oben, Alter, gut. Das sind Kakaobohnen. Okay, einmal Butter, ist schon mal drin, dann haben wir hier, einmal von denen, haben wir jetzt auch schon drin, ähm, das da brauche ich. So, haben wir auch, und einmal das. Gut, dann wollen wir mal. Gut, dann wollen wir mal verschenken, ne? Das war älter gewesen. Entweder ist es in der Kneipe, aber da gehört. Weil in der Kneipe mal wieder, da, wo ich, ja, wo auch sonst, wo könnte es ja nicht sein, na? So, Elsa. Hallo. Ich habe etwas für dich. Deine Schokokekse. So, noch was. Und Die hier. So, und damit mein Inventar etwas leerer wird, auch noch die hier. Ja. Und die. Und die. Das hat Spaß gemacht. Ähm, Level 10, Level 10, Level 8. Okay. Du bist. Auch Level 10, ne? Ja, Level 10, okay. Maui war noch nicht Level 10. Du bist Level 10, aber Maui war noch nicht Level 10. Ach richtig, ich bin Maui. Formwandler, halbgottes Windes und des Meeres und der Held von allem. Was? Baumstammkuchen? Eine Seezunge? Muss ich mal gucken, ob ich die finde. Ähm, Möhre und Seezunge. Ja. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Die beiden Sachen zumindest. Mit dem Baumstammkuchen. Was ist das? Ähm. Nö. Auch nicht. Auch nicht. Mal gucken, ob ich hinten was habe. Wenn nicht, hätte ich eine Karotte für dich. Nö, diese komische Fisch, der ist gar nicht da. Ähm, gut. Dann gibt es eine Karotte. Okay, mehr kann ich dir nicht geben. Für mehr bist du mir nicht wert. Gut, ich habe noch eine Blume für dich. Auch noch eine zweite Blume. Und noch eine dritte Blume. Aber es muss dann jetzt nicht reichen. Na komm, 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 komm. Meine Güte. So. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Hier. Noch ein Geschenk. Zum Abernten kann ich dich mal mitnehmen. Wie ich gerade sehe. Ähm. Gut. Haben wir den auch bald auf Level 8. Ja, komm. Ähm. Damit mit Serio rum. Ich glaube, der hat Adi. Ähm, weiß ich nicht. Äh, gut. Da wird sehen, da wird sehen. Alle glücklich. Hm. Ist gerade nicht großartig da zu machen, ne? Mission habe ich jetzt hier voller Blüte nochmal. Ähm, bereite eine Schüssel Vanille Eis vor. Schwierig. Ich habe nur nicht das Rezept. Da müssen wir warten. Und das habe ich eigentlich eigentlich schon gemacht. Das hier. Das habe ich eigentlich alles gemacht. Bringe Wolli den Gegenstand. Wo ist der denn? Wo ist der? Wo ist Wolli? Da. Na, dann schenke ich mal Wolli ein, äh, ein, ja, ein Korb mit hübschen Dingern da. Super. Das gefällt mir. Jetzt mache ich mir missionslos. Ich habe keine Mission, nicht? Einige, was ich machen kann, ist, wenn ich es durchnehmen und verschenken. Aber, nicht nur um die Zeit. Das werde ich erstmal schneiden. Gut, erstmal danke für das Zuschauen. Bis dahin noch viel Spaß und, ja. Tschüss. Obwohl, ich kann, ich werde nochmal verkaufen. Ich werde das nochmal verkaufen. Hier, 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 hier. Das bleibt. Das soll nicht weggehen. Das geht jetzt weg hier aber. Das soll auch mit weggehen. Gut. Na, verkaufen kann man noch. Das kann man noch machen. Da könnt ihr mal sehen, wie viel ich hier rauskriege. Wahrscheinlich hier viel wegen den Fischen. Und das Ei nehme ich mir dann auf den Weg nach oben wieder mit. So. Die haben hier Eier, aber keine Hühner. Fällt mir gerade auf. Verkaufen. Ordentlich. Und ich bin noch nicht bei den Fischen angelangt. Das ist erstmal die billige Variante hier. Das richtig geile Zeug, das kommt erst später zum Verkauf jetzt hier. So. Wie viel waren die eigentlich wert? 1500. Und davon hatte ich 2. Also 3000. 1200 Mal. Da war jetzt nicht so viel wert, aber auf der Menge ist da viel wert. Und davon 4 ist es auch 1200. 200. Wow. Der hat, der ist viel wert. Also der hat es ja ordentlich in sich. Ich bin da gerade echt am Staunen. Ah, ich habe meine 40.000 schon erreicht. Ich wollte gerade sagen, komme ich auf meine 40.000? Ja oder nein? Super. Na dann. Raus, der Scheiß. Ach, hier ist auch noch was. 282.000. So viel Geld hätte ich gerade auf meinem Konto. Gut. Ich werde jetzt eins machen. Meine Teamlights reinholen. Dann werde ich demnächst mal hier ins Schloss gehen. Warte mal. Kann ich ja jetzt gleich machen. So, Wunschbrunnen Hauptplatz. Mal gucken. Jetzt haben wir jetzt eine Ei hier unten vergessen. Aber es wird ja in der nächsten Runde auch noch dastehen. Aber wir haben hier noch eine Tür. Wir haben hier noch eine Tür. Die definitiv zu öffnen ist. Und die man definitiv öffnen kann. Und wir haben 25. So, was finden wir denn? Eine majestätische afrikanische Savanne. Und nur du kannst Streamlight benutzen, um sie zu öffnen. Der König der... Ich werde nicht mehr verraten. Wir sehen uns einmal in der nächsten Folge. Und dann öffne ich diese Tür. Bis dann noch viel Spaß. Und Tschüss. Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you. I lalalalalalove you. Yes, I do.